Hallo, ich bin die Ella. Ich lebe sehr gerne hier in der Region und unterstütze meine Heimat, wo immer es geht. Beim Einkaufen achte ich darauf, regionale Produkte zu kaufen. Mein Strom heißt Herzstromwind und ist Regionalstrom von EWR. Und das sind mein Nachbar und sein Enkel. Auch sie lieben unsere Heimat. Herzstromwind? Was ist das? Und warum ist das ein Regionalstrom? Regionalstrom? Herzstromwind ist 100% Ökostrom. Das Besondere daran ist, dass die Energie von Windrädern hier in der Region erzeugt wird. Und warum ist das gut? Weil Herzstromwind 100% Ökostrom ist, fallen bei der Erzeugung keine klimaschädlichen CO2-Emissionen an. Das trägt zum Klimaschutz bei. Und weil der Strom in Rheinhessen erzeugt wird, fördert Herzstromwind die Energiewende vor Ort. Außerdem schafft die lokale Energieerzeugung natürlich auch Arbeitsplätze in der Region. Das kommt uns allen zugute und ganz besonders unseren nachfolgenden Generationen. Tun auch Sie etwas Gutes für unsere Region und nachfolgende Generationen. Wechseln Sie zu Herzstromwind. Einfach online unter herzstrom.de-wind.